Herzlich Willkommen zu einer neuen 4Honor Folge mit Concorde, diesmal mit einem anderen Spielmodus, nämlich Deathmatch. Alter, das lädt ganz schön lang gerade. Ja, dann schauen wir mal wie wir uns mit Deathmatch lagen. Wir versuchen einfach mal zusammen zu bleiben. Ja, aber wir haben ein paar Eroberungsrunden mal gespielt, die hatten wir auch aufgenommen, aber das waren nicht wirklich besonders gute Runden. Ja, darum werden wir sie auch nicht hochladen und ihr würdet sie niemals schockgelöscht sind. Ja, wie lange lädt das denn noch? Ja, das lädt wirklich gerade lang, ne? Jetzt, ihr seht ja nur die Hälfte von dem, wir haben ja schon fast 3 Minuten gewartet eigentlich oder so, bis wir anfangen aufzunehmen. Ja gut, 3 Minuten ist jetzt leicht übertrieben. Ja, aber... Runde 1! Maximal 5 Minuten. Ach, das ist die Karte, geil! Ähm... Ach so! Hä? Letzterkfilmung wird hergestellt? Hä, was ist das jetzt? Vor mir steht direkt jemand? Ja, bei mir auch. Ein Gegner? Hä, ist das... Ich hab' geblockt. Ich hab' nur an die blöde Kuh. Oh! Was, 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 was? Was ist... Nein! Ich bin dran! Ach, was ist das? Team Deathmatch, was ist das denn? Das verstehe ich mal gar nicht. Ich bin dran! Nein! Fast hätt' ich's geschafft! Beim... Meine hat nur so so'n bissl kappt, ne? Was, 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 was? Hä, was ist das für ein Schwachsinn? Hä, ich... Wieso lebe ich denn jetzt? Hä, ich kann wiederbelebt werden? Ach so, der hat mich wiederbelebt. Hä, kann man da doch rumrennen? Ja, da kann man rumrennen. Ach, ich hatte am Anfang gleich mit der einen gekämpft gehabt. Ich auch. Hä, ich bin wiederbelebt. Und ich dachte, das ist jetzt sowas wie... ...eine Duelle? Wo bist du denn? Dann kann man gleich zusammen rumrennen. Ja, da ist eine im Orangenen, die müssen wir verfolgen. Ja, ich verfolge grad auch eine. Ist der letzte, der lebt. Boah, Exemplation, jawoll. Ja, ich bin wieder der hier und ich wollte nochmal so rein. So. Alter! Ich hätt mein... Hallo, mein verbündeter kreift mich an. Was ist jetzt los? Hä? Sorry. Ich wollte dem anderen mal nicht... Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich renne gleich nach hinten weg. Ich such dich gleich. Wo bist du denn? Ich bin so tot. Warte, ich kann wiederbelebt werden. Komm schon, komm schon. Der Typ hat doch gerade... Ja. Ich bin so schlecht eigentlich. Ich bin so schlecht eigentlich. Ja, das ist richtig herrlich. Ich schaff's nicht nur mit dem Zweikampf-Duell oder... Ich bin eigentlich relativ cool, aber wir halten die voll viel aus. Oh jetzt ist der eine voll im Arsch. Boah, der war jetzt gut. Oh, Alter, Alter. Lull, der... Oh, ich würde wieder mit. Oh. Alles an dir. Ja, ja. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ja, keine Chance. Weißt du, da ist das Rote. Ich zieh die Maus in die Richtung, aber irgendwie blockt man. Trotzdem nicht. Also ich glaube danach, ich glaube 2 gegen 2 wäre besser, weil irgendwie dieses Team das match ich. Ach, scheiß drauf, ich probiere mal so einen Zweikampf. Ich hab doch geblockt, meine Güte. Ja, das ist doch unmöglich. Der killt mich, der killt mich, der killt mich ganz derzeit. Ich hab keine Chance gegen den. Keine Chance. Ich hab die falsche Klasse für den Spielmodus. Der mich weghaut. Und jetzt... Ja, ich seh dir grad zu. Das ist voll komisch, Mann. Ja! Ja, Mann! Ich hab's geschafft. Vielleicht will ich mich hier wiederbeleben. Ja, warte, ich renne nicht. Da ist... Hast du der Plus? Oh, der ist ein Gegner, glaube ich, oder? Warte, 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 warte. Ja, das könnte ich sein. Nein. Nein! Oh, nein! Jetzt bist du am Arsch. Ja, das ist kraftig. Warte, ich renne mal in dieses komische zum roten Punkt, wo du bist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das bist. Ich bin blau. Wir sind blau. Ah, jetzt kämpfen. Nein, toll, jetzt muss ich wieder gegen beide kämpfen. Lauf weg, lauf weg. Du hast ja zwei Verbündete. Komm ich da runter? Die sind nicht mehr hinter dir. Aber vielleicht siehst du noch irgendwo einen blauen Punkt, das ist was. Ich bleib mal hier bei dem. Ja, ich... Nee, du bist tot, du bist jetzt weg. Das war nur ganz wenig. Ich wollte hinrennen, aber... Ich hab irgendwie... Ach, ich hab zwei Hagel und... Warte, drei ganz schnell heilen. Cool. Ja. Jetzt seh ich's grad, wa? Zwei, 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 zwei. Kämpft da irgendwo wer? Gerade. Da unten, ne? Die verfolgen sich. Der verfolgt gerade, ja. Ich hab mal Pfeilhage gemacht in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Bleib mal da drin stehen, bleib mal da drin stehen. Da wirst du versteckt. Glaub ich. Ja, aber ich muss ja da runter, oder? Ja, dann... Jetzt sind beide tot. Guck, da kannst du dich heilen. Das ist ein erstes Ding, das hält dir eine Zeit lang an. Wenn ich da runter springe, was passiert da? Ja. Sterbe ich. Sterben nicht, aber du bekommst wahrscheinlich schon. Nee, ich komm da gar nicht runter. Nein, scheiße. Aber warte, ich kann nicht hier runter schon. Ja, 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 komm, 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 komm. Ja, das hatte ich nicht gesehen. Ja. Schnell zum anderen. Ja. Ich danke dir. Ja, gut. Ja, sehr schön. Aber da wärst du gewesen. Ja. Kopf los. Kopf ab, weil es den wiederbeleben ist. Ich kann die holen, wenn ich mal. Ich kämpfe gegen die anderen jetzt. Ich riskier's. Guck mal, ich mache die ganze Zeit schwere Angriffe, ne? Ja. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr zum Beispiel. Wow. Warte, wie viel Helg der denn eigentlich auf? Das ist heftig, Mann. Oh, nee, ich kämpfe gegen den. Der ist stark. Die Klasse ist so stark. Die Zeit läuft ab. Jawoll. Ja, Mann. Sehr gut. Ja, Mann. Das war jetzt eine gute Runde vor. Alter, richtig gut. Ich hab die, ich hab die hier richtig kastriert, alle. Alter, ich war, ich war richtig gut, Mann. Oh, endlich. Ich hab wieder den anderen Typen als Gegner. Oh Gott, ich kämpfe wieder gegen die. Ich glaube, da hat's vorhin schon nicht so funktioniert. Ja, die fügt uns wieder so weg. Die ist eine richtig gute Frau. Ja, ich hab sie. Ja. Boah, ich hab aber kein Leben mehr, Mann. Drei Schnellheilung. Ich hab einen auch. Jawoll. Ich bleib bei der Leiche. Ja, ich hab's auch gerade überlegt, ob ich bei der Leiche bleib. Oder ob ich zu dir komme, weißt du. Dann wären wir schon mal zwei zu, wären wir ein bisschen stärker. Gegen zwei, weißt du. Aber ich glaube, der ist, nee, warte, der kann wieder berübt werden. Ja, ja, meine auch. Aber wie lange hat er... 4 gegen 1 kommt, ich bleib bei der Leiche. Wir machen deine Leiche, weil es ist so gut. Sehr gut. Schön. Boah, aber ich hatte echt kaum Leben, ne. Ich hatte echt wenig Leben. Ey, wir haben gewonnen, Mann. Alter, du hast voll abgesahnt hier. Alter. Ich war richtig gut. Nicht schlecht. Ich hab nicht mal so richtig viel gestealt, ich hab echt viel selber gekämpft. Sehr gut. Ich hab voll versagt. Alter. Aber die eine, die ist richtig gut, gegen die ich gerade eben gekämpft hab. Weil die hab ich echt beim ersten Mal wegrasiert. Gegen den ich gekämpft hab, hat er auch richtig stark. Ich glaub, ich hab das raus, warum manchmal, warum du nicht blockst, obwohl du in diese Mausrichtung, obwohl du in diese Richtung ziehst. Weil du darfst da wirklich nicht schlagen, du darfst da nur dort haben. Weil ich zieh eigentlich immer und schlag, ne. Das darf man nicht. Genau, und dann, wenn sie auch schlägt und sie mich zuerst trifft, weißt du. Zumindest, ich hab ein Ziel in diese Richtung. Und dann denk ich mir, hey, ich hätte auch eigentlich verteidigen müssen, obwohl das gar nicht so ist. Weil ich ja schlage. Ich bin ja auch von Chivalry gewohnt, dass man immer eine Taste drücken muss, um zu blocken. Das ist noch leicht ungewohnt. Gut, danke fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.